Na, Bruna Sehr schön, sagt sie Oh, das ist aber ein schöner Name Wo ist die Klappe? So Ach, warte mal, mir fällt gerade noch eine wichtige Sache ein Denn, also noch ist Herbst, aber der Winter steht bald vor der Tür Und dann brauche ich das Brauche ich noch Zubehör Und zwar ein Heizgerät, kostet 2000 Darauf muss ich achten, dass das auf jeden Fall Dass das auf jeden Fall noch gekauft wird, bevor der Winter kommt Ich bin ja froh, dass mir das gerade noch eingefallen ist Hieß es nicht, das sind ausgewachsene Hühner Die ich kaufe Naja, was soll's So, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit Ich würde ganz gerne nochmal zu Robin flitzen Denn ich möchte gerne wissen, was jetzt nochmal ein großer Hühnerstall kostet Denn da gibt's einen Brutkasten Und dann kann ich die Hühner vermehren Dann hätte ich also auch nur eins kaufen brauchen Aber ich dachte mir Da es vermutlich dauert, bis ich das upgraden kann Sollte ich lieber erstmal meine Gewinnchancen verdoppeln Also für einen großen Hühnerstall Brauche ich Brauche ich 10.000 Geld 400 Holz und 150 Steinen Genau das meine ich nämlich Gut Die Steine sind nicht so das Problem Aber das Holz Das Holz könnte ich auch kaufen Aber dann brauche ich ja noch mehr Noch mehr Geld Aber das Geld werde ich diesen Monat zusammenbekommen Wegen Senfkohlsaat Und um das Holz muss ich mich halt Extra kümmern Das würde ich quasi hier im Im Anschluss machen Aber erstmal muss ich Also ich muss gar nichts Aber ich möchte gerne Das Feld hier reparieren Und den Scheiß direkt gießen Ich meine den Rest habe ich ja glücklicherweise schon gegossen Und dann Ah toll Ah toll Und vor allem Bäume fällen Und was mich auch noch interessiert ist Wie viel Futter passt hier rein 240 Da kann ich noch eine Menge Noch eine Menge holen Aber erst Bäume fällen Und dann Ich hoffe ich habe das alles aus dem Wasser rausbekommen Denn andernfalls wäre das sehr blöd Und dann Ich habe das alles aus dem Wasser rausbekommen Und dann Ich habe das alles aus dem Wasser rausbekommen Und dann Ich habe das alles aus dem Wasser rausbekommen So Haben wir zumindest nochmal 100 Holz rangeschafft Das ist doch schon mal ziemlich geil Gut Gut Also Gut also Ich habe das alles aus dem Wasser rausbekommen Da weiß ich gerade auch nicht Wohin damit Da weiß ich gerade auch nicht wohin damit Guck mal hier Haben wir Nehmen wir das raus, dann kann ich das noch reinpacken Ja, und für die Aubergine habe ich jetzt schon gar keinen Platz mehr Das heißt, ich werde das Holz jetzt benutzen, um noch ein Schild zu bauen So, auf dieses Schild, ich möchte da jetzt Sachen reinpacken, die ich gesammelt habe Das heißt, ich haue da die Nuss drauf Ja gut, ich habe das noch nicht sortiert Da muss ich mich dann noch drum kümmern Aber ich kann... Das kommt ins Futter-Silo Das will ich verkaufen Das kommt hier rein Dann haben wir noch das Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal